Herzlich willkommen zurück zu Off. Wir reden mal jetzt mit den Armin. Wer war diese Person? Du bist am Leben. Ja. Und die Geister? Tod. Die Bahn ist mir wieder sicher. Danke dir. Du musst... Du musst be very lucky. Du musst wirklich viel Glück haben. Wer war diese Person? Das war Dedan. Er ist einer von der Königin Supervisor. Du meinst Geist. Nein. Die Königin hat nichts mit Geistern zu tun. Er kann keiner sein. Jetzt reicht's. Was hieß das hier? Moment. Moment. Das will ich jetzt nachgucken. Einen Moment. Der lad halt schneller. Ist in Ordnung. Wie kurz geschrieben? Feindlich. Achso. Feindlich. Achso. Nein. Tu das nicht. Er gehört zur Königin. Du solltest besser deine Arbeit in den Rauchminen erledigen. Bitte. Außerdem. Er ist ein Eimer. Niemand kann dort einfach so hin. Ohne die richtige Autorisierung. Ohne autorisiert dazu zu sein. Also. Also. Bitte. Geh zurück zu den Rauchminen. In Ordnung. Achja. Hier sieht man auch wie das aussieht. Das ist die Hälfte einer Kuh. Also. Ähm. Er meinte. Die Metallstücke aus der Kuh rauszusammeln. Ist nicht so seine Lieblingsarbeit. Aber. Er macht seine Aufgabe. Weiterhin gut. Damit er nach einmal kommt. Bald habe ich alles aus dem Körper exzerniert. Danach schneiden wir es in Stücke und essen das Fleisch. Pendel. Achso. Ähm. Der Name der U-Bahn-Haltestellen. Komm von wichtigen Leuten aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht. Wo entführt ihr uns denn? Elson oder Damien? Jetzt können wir nochmal zurück nach Elson oder Damien. Können wir, müssen wir nicht. Glaub ich. Hier geht es jetzt nämlich weiter. Ein bisschen Silberfleisch. Noch mehr mal Knurren hier. Ach wie das ist, Alter. Zwei andere hat er in Ordnung. Ja. Und Level 4. Das ist und irgendwas. Irgendwas zu bekommen. Der ist ein Schalter. Auch ongeschaltet. Der Switch ist eine andere. Wichtig. Wofür wir es machen müssen, gehe ich später drauf an. Ein Geist. Oh, ein fett Geist. Stimmt, der Bett hat glaube ich jetzt auch eine Spezialattacke. Wacht doch so, Radnetz. One with Courage. 325, 90 Quillet und Silberfleisch. Was gibt es denn hier sonst noch zur Kunde? Eine Kiste. Mit Avardonsfleisch. Fleisch. So geht es raus. Die wollen doch nicht nach draußen. Die wollen doch kämpfen. Noch mehr Fleisch ist aber. Noch mehr Schädel mit Baseballschlägern verprügeln, bis die 500 Meter wegfliegen. Und blutig an die Wand aufklatschen. Ja, das macht Spaß, glaubt's doch. Pupp jetzt mal aus. Pupp jetzt mal aus. Ja, Alpha ist hier unser Schadenstier. Ja, Alpha hat Level 4 halt. Nur noch was. Äh, Level 4. Oh, komm. Erreicht. Gottverdammtisch. Scheiße. Ja. Na. Tut mir leid. Mein Handy hat rumgenervt. Ich hab gesagt, du willst mal einen Brothers Garage sehen. Ja. Fand der nicht so toll. Huch. Feuchern. Danke. Wen haben wir denn hier? Die Charaktere fangen langsam an, sich zu erhöhen, nicht wahr? Pardon. Das, was ich sagen möchte, ist, der Spieler braucht all diese komplizierten und unnötigen Dialoge nicht. Es sollte viel mehr Action und schwer entscheidende Fragen gestellt werden. Wer bist du? Ich bin Zachary. Ich bin der traditionelle Item-Verkäufer. Denen wir es in... Denen es in jedem... 0815-Videospiel gibt. Du kannst mich immer... Du kannst mich immer... You always hide myself in places. You go in tourism before you ride. Du vermisst mich immer an... An... Plätzen... Du besuchst, bevor du sie erreichst. Aber das ist... Aber das ist... Ich bin nicht... Äh, ich bin kein Alexander-Verkäufer-Bündnis, den du für Stunden zuhören bist. Also, zeig mir deine Farben. Zeig mir die Farben deiner Credits. Werden wir auch. Wir kaufen 10 davon. 1 und 2. Eine Niklas-Tuning. Und eine davon. Das war's schon. Dann rüsten wir uns mal auf. Ja, das war Zachary, unser Item-Händler. Mehr gibt es dazu. Nichts zu sagen, er wird an verschiedenen Orten auftauchen. Und er ist ein sehr interessanter und mein Lieblingscharakter in diesem Spiel. Er trägt halt immer eine Maske. Das ist nicht sein Gesicht, das ist eine Maske. Wie es so runter aussieht, wissen wir nicht. Werden wir nie erfahren. Aber er scheint irgendwie über alles und jeden irgendwas zu wissen. Was? Woher kommst denn du? Was, dann rauchen wir ihn. Aber... Aber da... Wie? Das ist doch unmöglich. Keine einzige Lampe funktioniert da. Du kannst... Wie? Du kannst es einfach... Der Glaube führt meine Schritte. Glaube? Meine Mission, die Mine zu reinigen. Aber... Die Phantome scheinen zahllos zu sein. Die Geister. Wer bin ich? Ne, wo bin ich? Du bist hier in der Plastik-Administration von Shachyata, der nördlichen Part von Zone 1. Unsere Arbeit besteht daraus, die Form zu füllen, nachdem sie uns... Was? Ich verstehe es nicht. We wrap them up with string and... String and send them. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was es verweist. And send them a career service. Ich weiß, wie verschicken es. Was sie damit machen, weiß ich nicht. Wrap? Ich nehme an. Keine Ahnung. Zusammenpressen? Zusammenbinden mit strings? Ich lasse es einfach mal. Ich lese es einfach jetzt nur mal so in Englisch vor. Und wenn ich es übersetzen kann, werde ich es übersetzen. There, they ship the package. And in return, we receive parcels full of plastic. There is a lot of liquid plastic that forms lakes and ocean. There is also solid plastic used to make various objects. Es gibt sowohl flüssiges Plastik, welches Seen und Ozeane bildet, als auch festes Plastik. Woraus man viele verschiedene Objekte machen kann. Aber war das dann schmelzen? Ich weiß es nicht. Als eines der vier Elemente ist es ein sehr wichtiges Element. Denn ohne Plastik würde die Welt nicht zusammenhalten. People, wenn Menschen laufen und laufen, ohne die jemals stoppen zu können. Aber du, du jagst Geister, richtig? Ja. Ich werde diese Zone reinigen. Ähm. Die Geister, ich weiß, woher sie kommen. Sie all kommen vom Post-Service. Sie all kommen vom Post-Service. Der Post-Service? Ein Postamt? Das ist dort, wo wir die Pakete wegschicken. Das Problem ist, niemand kann sich daran erinnern, den Flur gefunden zu haben. Mein Büro ist im Basement. Im Basement, weil es mehr Platz gibt und der höchsten Platz gibt, ich glaube. In Ordnung. Geh' die Lüftung. Ground Floor, das sind wir gerade. Roof. Wie weit wir können. Mein Handy hat sich hier immer ausgeschaltet. Das ist doch was Schönes. Gehen wir mal zum Ground Floor. Ground Floor, Reception. Also, hier können wir was Schönes machen. An das erinnere ich mich noch gut. Ich leg mir mal Zettel und Stift beiseite. Hier. Zwei Leute. Von denen sagen das Gleiche. From 696 4 Stand 7809 Ich glaube, ich wusste noch, wie das war. Gut, guck' ich mir dann mal weg. 44894 44894 44894 44894 44894 44894 44894 Okay. Da käna. 44894 44894 44894 Ich hab mir's irgendwann mal aufgeschrieben. Vielleicht hab ich den Zettel so mal. 44894 Gut, das kann ich aber schon mal vergessen. Also, merken wir's mal jetzt hier zur Zeit. 932 448 932 448 932 448 ¿YES Spare? Ok. 710248 710248 710248 448 710248 Ja, schade, 728, 728, 728, 728. Moment mal, zum Lift, ich bin dem erstmal noch ganz oben, ich glaube die haben uns irgendwie gerade geändert, ich weiß es nicht. Roof, das Dach, ist doch gut, ist schön, ist in Ordnung. Jürgen, du bist definitiv überall, jemand könnte mal, äh man könnte ja glauben du würdest mich verfolgen, naja unwichtig, verdammt. Perhaps you are already away for this, but it appears that the story housing, the process, the service is over and by Ectoplasm, it would probably be wise to find the start with an intangible creature, past haste and order of dispatch them. But, could it be that the taste is too difficult for you, never mind. In that case, I may be able to provide you with some advice. Like I said, some help will be welcome. Open wide your eyes and listen, for I will not repeat this twice, not even in the midst of the most pathetic supplication. One of the four rooms, on the ground floor, are the employers, seem to be trained to a particular set of intrusions. A dictionary, if there was a choice to be made. I could prefer the lowercase, or the uppercase. That's all. Well, don't tell us anymore. So we will find a prediction. Realistic numberists, employers, settled. I certainly need you muscularized. The game has its rules. 29039 29039 29039 29039 29039 29039 29039 29039 Set the Or here 29039 29039 290 решens VGrace ZDANCE 2 Nee, warte mal War es nicht so, dass alle die gleiche Sagen? 6, 7, 0 1, 0, 6, 7, 0 1, 2, 1 Ich dich jetzt wieder ansprechen Sagst du mir was anderes? Sag doch nicht immer was anderes! 7, 0, 7, 9, 1 7, 0, 7, 0 So Leute Ich mach mal kurz einen Cut hier Und dann schau ich nochmal wie und so das war Bis denn!